Es tut mir leid. Das Sandwich war ein Desaster. Überall war Blut. Jetzt ist alles gut, aber ich komme morgen wieder ins Restaurant. Es ist viel einfacher, im Restaurant abzuhängen, weil du da arbeitest und der Ort, an dem ich esse. Ich weiß, es ist spät, aber bitte schreib mir zurück. Gleich. Jetzt. Und senden. Klingt gut. Yes! Wieder im Spiel, Baby! Aua, Mann! Jetzt blutet es wieder.